Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad al-Ashraf al-Masalim, liebe Brüder und liebe Späster, heute werde ich über einige Sonderheiten der Leute von Ahl-Sünn und Jemaah reden. Ich habe zwar früher ungefähr zwei Freitags Predigt über die Eigenschaften und Sonderheiten der Ahl-Sünn und Jemaah gemacht, aber wollte da einige Punkte noch dazu ergänzen, weil heutzutage brauchen die Jugendlichen das und brauchen die Leute diese Eigenschaften und Sonderheiten, wie man sich sortiert. Warum? Weil heutzutage leider fehlen diese Kennzeichen, wie man zu einem Sünder und Jemaah dazu gehört, ohne dass man irgendwelche falschen Gruppierungen folgt, ohne falschen Grundlagen sich aneignet oder die Religion auf falsche Art und Weise versteht. Deswegen sollten wir an diese Eigenschaften festhalten, damit wir uns aussondern von den falschen Wegen und damit wir an der Wahrheit festhalten, ohne in falschen Gruppierungen und falschen Verständnissen oder eine falsche Befolgung, dass man denkt, das ist die Befolgung von Ahl-Sünn und Jemaah und dabei ist es eine falsche Befolgung oder eine falsche Grundlage, worauf man seine Religion aufbaut. Deswegen braucht man diese Sortierung, braucht man diese Sonderheiten von Ahl-Sünn und Jemaah zu erwähnen, damit man an diesen Sonderheiten festhält und auch andere Sachen auslässt. Und leider, wie gesagt, kann ich nicht all diese Sonderheiten alles aufzählen, aber ich habe einige wichtige Sonderheiten ausgewählt, weil wir die heutzutage dazu brauchen und weil es heutzutage sehr große Attacke gibt gegenüber der Ahl-Sünn und Jemaah. Man will sie körperlich vernichten, töten und auch ihre Verständnis zur Religion auslöschen oder manipulieren. Deswegen ist es wichtig, diese Meinung und diese Akide von Ahl-Sünn und Jemaah festzuhalten für die nächsten Generationen, damit sie immer die Wahrheit erkennen und dass das Licht von Allah, das kann man nicht auslöschen. Man kann alles versuchen, aber man kann nicht den Weg, diese Vorgehensweise von dem Propheten, die geehrt worden ist, bis zu heutigen Tagen von den Leuten von Ahl-Sünn und Jemaah, die das immer weitergegeben haben, das kann man nicht auslöschen, aber das soll gelernt werden, das soll weitergeerbt werden, das soll weitergegeben werden. Und ich fange mit dem ersten Punkt an. Was die Leute von Ahl-Sünn und Jemaah ausgesottert hat, gegen alle Gruppierungen, sogar gegen alle Völker und alle anderen Regionen, die Überlieferungskette Al-Islam, die Authentlichkeit von den Überlieferungen, die Kontrolle zu den Überlieferungen, das ist eine Sonderheit von Ahl-Sünn und Jemaah. Al-Islam, sagt Ibn Mubarak, einer von den großen Salaf, der sich auch um die Hadithe gekümmert hat, sagt er, Al-Islam, dieses Überliefern mit Überlieferungskette und Überprüfung von Überlieferungskette, diese Vorgehensweise, das hat eigentlich eine ganze Wissenschaft an sich, er sagt, das gehört zur Religion. Al-Islam gehört zur Religion. Und er sagte, wäre nicht diese Islam, würde es diese Wissenschaft nicht geben, dann hätte jeder, wer möchte, was er möchte, gesagt, über diese Religion, oder über den Propheten, oder sozusagen das zur Religion erklärt. Aber deswegen, wir haben eine Überlieferungskette, bevor wir sagen, im Qala Rasulullah, wurde das überprüft, wurde das auf Authentigkeit überprüft. Und das gehört zu der Religion. Deswegen, die Leute von Adith, die Leute, die sich mit der Sunda beschäftigen und mit den Überlieferungen beschäftigen, die sind sozusagen ein Gold wert für diese Ummah und Allah bewahrt durch sie diese Religion und die Aussagen des Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, deswegen siehst du die Feinde des Islams, wie stark sie sich auf diese Leute konzentrieren. Warum auf einmal die Rede über Abu Hurayba, weil er sehr viele Hadithe überliefert hat, sie versuchen, Zweifel zu bringen über Abu Hurayba. Warum diese Rede über Abu Hurayba, dieser Sammler von den Hadithen, weil man versucht, durch diese Zweifel über ihn, dass man auch über all seine Überlieferungen, die er sozusagen uns zur Verfügung gestellt hat, was er überprüft hat, mit Sorgfältigkeit, mit den Rundlagen von Leuten, von Ehles Sunda, von den Ehlen Hadith, durch diese Überprüfung hat er uns ein Gold von Überlieferungen von Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, hinterlassen, wo wir eine Authentigkeit haben, aber dann kommen die Attacke gegenüber den Bukhari. Und so gingen auch viele Gelehrten des Hadithes. Bis heutigen Tagen versucht man, die Gelehrten des Hadithes irgendwie Zweifel über sie zu bringen, wie heutzutage der Sheikh al-Albani. Rahimahullah, der sein ganzes Leben dafür gewidmet hat, Hadithe zu kontrollieren, die Sunde des Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, zu bewahren und dazu aufzurufen und jede andere falsche Grundlage wegzulassen, damit man die richtigen Grundlagen und sich auf den Hadith basiert, hat man versucht, auch den Sheikh al-Albani, Rahimahullah, zu attackieren, Zweifel zu bringen, über seine Akide zu reden, über seine Art und Weise, wie er die Hadithe kontrolliert hat, zu reden. Und all das ist ein Zeichen dafür, dass man versucht, Ahlis Sunnah wal Jamaah zu attackieren in den Eigenschaften, wo sie sich aussondern. Und zwar hier in diesem Fall Al-Isnan, die Überlieferung, Überlieferungskette, die Authentigkeit der Überlieferung. Und das ist eine Sonderheit von Ahlis Sunnah wal Jamaah. Da sind die stolze drauf, dass sie jede Aussage vom Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, kontrollieren können. Und eine Wissenschaft haben, wie sie ein Hadith annehmen oder ablehnen, wo das noch nicht mal bei manchen Völkern, bei ihren Büchern, die sie von Allah herabgesagt bekommen haben, haben sie noch nicht mal da eine Überlieferungskette. Und auch zu den Eigenschaften von Ahlis Sunnah wal Jamaah, wenn bei ihnen eine authentische Überlieferung gibt, wenn etwas vom Propheten, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, authentisch ist, dann nehmen sie das an und handeln sie danach und glauben, was da drin ist, ohne zu unterscheiden, ob das Mutawaten ist oder Ahad. Weil es gibt falsche Probierungen, die berühren falsche Grundlagen in die Religion, damit sie Hadithe des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, abweisen, ablehnen, nicht annehmen oder nicht den Inhalt davon nehmen, mit verschiedenen Versuchen zu begründen, wo die Leute von Ahlis Sunnah wal Jamaah sich dabei aussondern und sagen, was von Propheten, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, überliefert worden ist, ist authentisch und nimmt man an und handelt man danach und macht man keine Unterscheidung. Und der Beweis dafür ist in Zeit des Propheten, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, hat man keine Unterscheidung gemacht. Weil es gibt Gruppierungen, die sagen, man muss mal vielleicht den Begriff Mutawaten und Ahad erklären, Mutawaten ist, wenn eine Überlieferung kommt und wurde von so eine große Menge überliefert, dass man sich sagt, unmöglich können diese Leute lügen. Und das muss so eine große Menge sein, die überliefert von großer Menge, von großer Menge bis zum Propheten, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, und gibt es einige Hadithe, die auf diese Art und Weise überliefert worden sind. Dann kommen sie aber zu anderen Überlieferungen, die vielleicht drei von zwei überliefert haben oder einer überliefert hat und sozusagen sagen sich bei solchen Überlieferungen, diese Überlieferungen könnten auch falsch sein, deswegen nehmen wir diese Überlieferungen nicht in Aqida. Wenn es um Aqida geht, nehmen wir solche Überlieferungen nicht. Aber wenn es um Führer geht, dann nehmen wir diese Überlieferungen. Diese Unterscheidung hat es noch nie gegeben. Der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, da sind die Leute von Jeml gekommen und haben ihn gefragt, oh Gesandte Allahs, schick mit uns einen Mann, einen Mann, der uns die Sunnah und den ganzen Islam beibringt, dann hat der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, die haben von Abu Hubeid den Jarrah genommen und hat ihm gesagt, und hat gesagt, das ist der Vertrauenswürdig von dieser Ummah. Der hat einen Mann geschickt. Wo sind jetzt diese Mutawater? Haben wir gar nicht die Mutawater. Und der Prophet, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, hat ihn geschickt, um die ganze Religion beizubringen. Deswegen, die Aqida kam von einem genommen, wenn er vertrauenswürdig ist und wenn die Überlieferungskette, wie gesagt, authentisch ist, dann nimmt man alles davon. Macht man diese Unterscheidung, die erfunden ist, die erneuert ist, macht man nicht. Das ist eine Eigenschaft von Ahl al-Sunnah wa jama'ah, wo sie sich ausgesandert haben von den falschen Gruppierungen, die dadurch sozusagen zu falschen Aqida gekommen sind, weil sie Hadithi des Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, abgelehnt haben. Auch zu den Sonderheiten von Ahl al-Sunnah wa jama'ah, sie ziehen nicht ihren Verstand vor den Aussagen von Allah und seinen Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Deswegen, alles, was überliefert worden ist, von Kur'an-Verse oder Hadithi des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, wenn sie authentisch sind, dann sind sie vorzuziehen als das, was dir dein Verstand sagt, was dir deine Meinung sagt, weil die Meinung ist nichts gegenüber die Offenbarung, die von Allah, sallallahu alayhi wa sallam, die von Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hat nicht aus seiner eigenen Neigung geredet, sondern ihm wurde offenbar. Das heißt, die Aussagen des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, sind Offenbarungen und die Aussagen von Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sind Wörter von Allah, sallallahu alayhi wa sallam, die sind vorzuziehen, gegen jeden Verstand, gegen jede Meinung und das ist sozusagen, wie Allah, sallallahu alayhi wa sallam, in seinem Buch gesagt hat, Ya ayyuhal ladina amanu, la tu qantimu baina yadayhi illahi wa rasulih, O ihr Gläubigen, zieht nicht vor die Aussagen von Allah und seinen Gesandten, oder zieht nicht vor vor Allah, sallallahu alayhi wa sallam, und seinen Gesandten. Deswegen, die Aussagen von Allah unser Gesandten ist immer vorzuziehen, auch wenn du das nicht verstehst. Dann gibt es eine Frage der Leute des Wissens, dass sie das erklären, eine Befolgung in der Wissensmethode, wie man zu dem Verstand und Verstehen von den Texten kommt, aber man bestätigt die Texte als allererstes und man glaubt daran und zieht nicht sein Verstand. Wie das einige Gruppierungen heutzutage machen, sie ziehen ihren Verstand, das hat bei den Marathesil angefangen, sie haben ihren Verstand vorgezogen und darauf haben ihnen sie viele Leute gefolgt bis heutigen Tagen. Da kam einer und hat gesagt, der Hadith, der mein Verstand nicht annimmt, nehme ich nicht an. Wer bist du und wer ist dein Verstand? Dass der ein Richter wird über die Hadithe vom Propheten oder die Verse von Allah und in Wirklichkeit gibt es keinen Widerstand und keinen Widerspruch zwischen dem gesunden Verstand, weil wenn der gesunde Verstand nach Koran und Sunnah erzogen ist, dann würde er niemals einen Widerstand oder Widerspruch zu den Koran, Versen und den Hadithen des Propheten von Allah das Problem ist bei unserem falschen Verstand, wenn wir nicht verstehen, dass wir dann ablehnen und das ist ein gefährlicher Weg, den die falschen Gruppierungen genommen haben, aber aus Sonderheim von Allah und Sunnah und Jemaah sie machen nicht so eine Vorgehensweise, sondern sie bestätigen als allererstes die Texte und nehmen die an und ziehen sie vor und dann versuchen sie nach den Methoden von Allah und Jemaah die Texte zu verstehen. Auch zu den Sonderheiten von Allah und Jemaah gehört dazu, dass sie die Texte sich ergeben. Sie ergeben sich den Texten von Koran und Sunnah. Sie versuchen sie nicht mit feiner Interpretation zu interpretieren oder abzulehnen oder ein falsches Verständnis zu geben oder deuten oder vergleichen oder sonst was, sondern sie nehmen sie an. Sie ergeben sich den Texten vor allem was der Aqid angeht, was den Namen und Eigenschaften von Allah angeht. Sie ergeben sich, was der Qadr angeht, sie ergeben sich, was alles, was vom Propheten gekommen ist, was über Yom und Qiyamah ist, was über die verborgenen Sachen ist, sie ergeben sich. Sie sagen sich nicht, wie kann es sein oder wie könnte es passieren oder das geht nicht in mein Verstand rein oder irgendwie sollte man das als etwas anders interpretieren. Nein, sie ergeben sich zu der Bedeutung von dem Koran und Sunnah, wie das Allah ausgesprochen hat, wie das der Prophet ausgesprochen hat. Und deswegen ist es eine sehr wichtige Angelegenheit der Aqidah, deswegen sagte Imam Tahari dass dieser Fuß vom Islam wird nicht feststehen außer wenn man sozusagen sich richtig ergibt ohne die Ergebenheit zu den Texten wird es nicht der Fuß des Islams feststehen und Allah sagt Also sie glauben nicht sagt Allah bei deinen Herren sie glauben nicht bis sie in den Angelegenheiten in ihre Angelegenheiten dich und Allah zum Richter nehmen und dann verspüren sie in ihrem Brust gar keine Zweifel und sonst was und sie ergeben sich vollkommen für das was von Allah kommt als Richturteil deswegen ist es eine Eigenschaft von Ahl-Sunnah Jemaah dass sich ergeben den Texten vom Koran und der Sunnah und auch eine weitere Eigenschaft von Ahl-Sunnah Jemaah dass sie keinen als absoluten befolgen in allen Angelegenheiten der Religion was sie von Religion nehmen gibt es keine Person die sie befolgen außer der Prophet in all seiner Angelegenheit das ist eine Eigenschaft darauf sollten wir heutzutage achten denn heutzutage denken einige dass man eine Person nimmt und von ihnen alles nimmt genauso wie man vom Prophet nehmen sollte und denken sie befolgen in der Sunna eine Eigenschaft von allem wie Imam Malik gesagt hat jeder nimmt man von ihnen und lehnt man ab außer dem Besitzer von diesem Grab und hat auf dem Grab des Propheten Mahmusser gezeigt es gibt keinen den man in alles befolgt außer dem Propheten Mahmusser Sallam warum weil keiner ist fehlerfrei wie der Prophet Mahmusser Sallam in allen Jahren von der Region und keiner hat das Anrecht befolgt zu werden wie der Prophet Mahmusser Sallam das ist die Bedeutung von Gesandte Allahs ist das heißt der ist derjenige der zu befolgen ist und kein anderer sondern alle anderen helfen dazu die Sünde des Propheten Mahmusser Sallam zu erwischen und wenn jemand die Sünde vom Propheten klar geworden ist darf er diese nicht austauschen mit irgendeiner Meinung von jemand anderem das gehört zu den Eigenschaften von Ahles Sünde und Jemaah den heutzutage viele falsch praktizieren und das ist die Sünde dass man irgendeine Person folgt ob es eine Rechtsschule ist ob es eine imam ist ob es irgendeine amir oder irgendeiner Führer ist es darf nicht jemanden gleichgestellt werden mit dem Propheten in der Bevölkerung deswegen warnt Allahs so sollen vorsichtig sein die jenigen die von seinen Angelegenheiten abweichen Angelegenheiten des Propheten dass ihnen eine Fitna trifft einige haben diese Fitna mit dem Kufr erklärt dass ihnen eine Fitna trifft oder dass ihnen eine harte Strafe von Allahs es gibt keinen der zu folgen ist wie der Prophet Mohammed S. Wir richten all unsere Union was vom Prophet Mohammed S. gekommen ist wie er das gemacht hat was erklärt hat was zu seinen S. 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 mit der Sunna des Propheten Mohammed S. 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 Dann gehört das zu Sunna das wir das ablegen und die Sunna des Propheten Mohammed S. Das ist eine Sonderheit von Ahles S. 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 Und sie verherrlicht und von denen annimmt und ihre Befolgung gefolgt, weil sie sind der Maßstab für die Befolgung der Sunnah. Und der Prophet Muhammad SAW hat sie mit seinen Namen und mit seiner Sunnah verglichen und gleichgestellt. Und als er über die Gruppierungen gesprochen hat, die in dieser Ummah passieren werden, er hat gesagt, meine Ummah wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind des Weges des Höhenfeuers, außer einer. Und als sie gesagt haben, wer ist das, o gesamte Allah, dann sagt er, diejenigen, die auf meine Sache basieren und der von meinen Gefährten. Deswegen die Salafus Talim zu befolgen in ihrer Art, wie sie das Wissen erlangt haben, wie sie die Aqida verstanden haben, wie sie die Angelegenheiten von Jama'ah, wie die Angelegenheiten von Da'wah, wie die Angelegenheiten von Akhla'ah und Warnung von den Erneuerungen, Befolgung der Sunnah, all ihre Angelegenheiten sollten wir annehmen. Vor allem die Aqida, wie sie die Nameneinschaften von Allah verstanden haben und bestätigt haben, ohne zu vergleichen, ohne zu deuten, ohne falsche Bedeutung zu geben. Das ist der Weg von den Ahlis Sunnah und Jama'ah, dass sie diese Salafus Salih verherrlichen und befolgen. Und sie machen nicht einen Unterschied wie andere Gruppierungen, die gesagt haben, der Weg, der Salaf, ist eigentlich sozusagen ein Eslam, das bedeutet, dass auf sicherheitshalber ist der der beste Weg, aber der Weg der späteren, und sie meinen dann diejenigen, die etwas anders eingeführt haben als die Salaf, sagen die aber, deren Weg ist wissender und stärker oder ahkam. Und das ist eine deutliche Unterscheidung zwischen dem Salaf und dem spätere. Aber der Weg von Ahlis Sunnah und Jama'ah, die machen keine Unterscheidung, im Gegenteil, sie sagen sich immer, der Weg von dem Salaf, der Weg von dem Früheren, ist der bessere, ist der wissende, ist der stärkere, ist der, sozusagen stabilere. Und wir nehmen von denen und lassen alles, was dazu gekommen ist, von den Erneuerungen, weil der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns an die Sunnah von sich und von seinen Sahaba, sagen, befohlen, dass wir das befolgen und das ist der Rechtleitungsweg und das ist der Rettungsweg. Kein anderer Weg ist besser als dieser Weg. Und das gehört zu den Sonderheiten von Ahlis Sunnah und Jama'ah, dass sie an den Salafus Salih festhalten. Und zu den Sonderheiten von Ahlis Sunnah und Jama'ah, und damit schließe ich die Chubba ab, ist, dass sie zusammen beide Wege gehen. Und zwar den Weg des Wissens und den Weg der Ibadah, des Gottesdienstes. Sie machen keine Trennung, wie einige Gruppierungen oder einige Leute, die ein eigenes Verständnis haben für die Religion. Bei einigen widmen sich der Ibadah, Gebete, Fasten und so weiter und so fort, aber trennen sich von dem Wissen und dabei gehen sie in ihre Wege. Und andere kümmern sich um das Wissen und lernen, aber hat dieses Wissen keine Spur auf sie, weder auf ihre Achla, noch auf ihre Ibadah, noch auf sozusagen die Handlung, was dieses Wissen erfordert, und haben auch eine Trennung gemacht. Ahlis Sunnah und Jama'ah, du kannst keinen von den Ahlis Sunnah und Jama'ah, die Führer von Ahlis Sunnah und Jama'ah finden, außer, dass er im Wissen stark war und auch in der Ibadah und Gottesdienst und Achla'ah auch stark war. Sie haben die beiden zusammengeführt. Die zwei Sachen sind nicht voneinander zu trennen. Das Wissen und das Danach zu Handeln und auch in den Biografien von den früheren Gelehrten findet man diese Zusammenlegung und diese Zusammensetzung, dass man das Wissen sich geeignet hat und nach Wissen gehandelt hat und auch die Handlungen, sozusagen, waren sie Beispiele, was das Gebet angeht, was Zusatzgebete angeht, was Fasten angeht, was Achla'ah angeht, was Behütung der Zunge angeht. Deswegen sollte das zu den Ahlis Sunnah und Jama'ah eine Sonderheit sein, dass sie beides zusammenführen, das Wissen und das Danach handeln. Möge Allah uns mit dieser Aqida sterben lassen, dass wir eines Tages mit denen zusammenkommen, die wir geliebt haben, wonach wir uns gerichtet haben. Und zwar nach dem Propheten Muhammad S.A.W. und den Salaf al-Salih, den Gefährten, den Gefährten des Propheten Muhammad S.A.W. Wenn man die liebt und sich bemüht, deren Weg zu gehen, dann werde ich Allah mit denen zusammenführen. Und möge Allah uns bewahren, dass wir irgendeinen anderen falschen Weg gehen oder irgendjemand anderen verherrlichen, nachahmen und seinen Weg gehen, dass wir nicht, Yom al-Qiyama, vielleicht mit diesen falschen Symbole und falschen Idole zusammenkommen mit dem Ayyadu Billah, sei es ein Tanzer oder ein Rapper oder ein Fußballspieler oder sonst jemand, den wir vielleicht begehren und lieben und nachahmen oder irgendeine falsche Gruppierung von Ayyadu Billah, sondern sollten wir uns danach richten, nach dem Propheten Muhammad S.A.W. und seinen Gefährten. Vielen Dank.